Liebe Freaks, fast zwei Monate ist es jetzt her, dass uns West verlassen hat und zwar ganz plötzlich und ja, für uns erstmal so unberechenbar, dass es uns mit voller Wucht getroffen hat. Und ja, und dabei war jetzt nun die Frage, geht es überhaupt weiter mit der Band, wenn ja, wie und wann und in welcher Form tritt man als erstes in die Öffentlichkeit wieder nach dieser ganzen Scheiße. Und da haben wir viel überlegt, was wir machen sollten. Uns war zuerst klar, ja, wir machen weiter. Es ist auch im Sinne von unserem West, er hätte es genauso gewollt, dass es Hämatom weitergibt und dann war aber nicht klar, wie. Und macht man einfach ein Konzert wieder, gibt man ein Interview oder, oder, oder und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns einfach zu dritt irgendwo treffen und uns über diese ganze Geschichte unterhalten und wollen euch jetzt natürlich teilhaben lassen. Genau, so sieht es aus. Hast du es schön gesagt übrigens, hast du es sehr schön gesagt. Genau, wir wissen selber nicht so richtig, wo die Reise jetzt heute hingeht, aber irgendwie war es uns wichtig, bevor wir, keine Ahnung, wie Nord gesagt hat, irgendwelche Interviews geben, uns mit irgendjemand anders darüber unterhalten, dass wir einfach zusammen zu dritt hier sitzen, uns Geschichten erzählen, uns ein bisschen austauschen, euch mal den neuesten Stand bringen, so ein bisschen auch in unsere Gefühlswelt reinschauen lassen und ja, keine Ahnung, wo die Reise hingeht heute, wir werden sehen und fangen einfach an, oder? Ungezwungen, so ungezwungen, wie es nur sein kann, was dieser schwierigen Sache, aber es wird auch, das verspreche ich euch, oder wir euch lustige Momente geben, nicht nur traurige. Ich glaube, es ist klar, dass wir sehr weit ausholen werden. Ihr beiden vor allem schaut auf eine gemeinsame Vergangenheit von 30 Jahren oder noch mehr zurück. Bei mir ist es nicht ganz so weit. Ich habe ihn erst kennengelernt, eben als ich zu Hämatom kam oder wir Hämatom gegründet haben. Und ganz ehrlich, weiß ich auch gar nicht, ob wir, weil ich suche teilweise auch noch Antworten auf bestimmte Fragen und ob wir vielleicht sogar irgendwie jetzt hier zu dritt gemeinsam Antworten auf die eine oder andere Frage finden. Auf die ewige Frage, was kommt danach? Ja, genau. Und auch, wir wollen weitermachen, aber so richtig klar, wie wir weitermachen, das ist auch nicht so zu 100 Prozent zu Ende gesprochen. Und ja, ich würde sagen, da nehmen wir jetzt euch einfach mit, um ein bisschen, ja, dass ihr erfahrt, wo wir gerade stehen und was uns beschäftigt. Aber, wie Oskar gesagt hat, wir wollen auch einfach ein bisschen zurückschauen auf diese wirklich tolle gemeinsame Zeit, die wir mit West hatten. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Gut, Freunde, dann lassen wir uns mal anfangen mit dem schwierigsten Thema vielleicht, was eben um den 15. August herum passiert ist. Wir werden euch jetzt nicht jedes Detail verraten, aber jedenfalls war es so, dass wir zerstreut waren. Wir waren im Urlaub, ich war weg, ihr wart, glaube ich, da, habt Sachen vorbereitet für eine Show in Spanien, unsere erste Show, richtige Show in Spanien, die wir spielen sollten oder dann im Endeffekt auch gespielt haben. Ich habe mich auf Mallorca rumgetrieben und irgendwann hast du mich angerufen, wir hätten am Samstag gespielt, du hast mich, glaube ich, am Dienstag angerufen und hast gesagt, West geht jetzt nicht gut. Er hat ein Virus erwischt, nichts Wildes, aber er ist einfach zu schwach, um irgendwie die Show zu spielen und wir müssten irgendwie einen Ersatz Bassisten für diese Show einplanen. Nichts großartig Wildes, ist bis auf dich, glaube ich, schon jedem passiert. Und der Micha hat am Montag angerufen und hat gesagt, ey, bitte schaut, dass ihr einen Ersatzmann findet, weil er wird es nicht packen, Markenkrämpfe, Virus, was auch immer da noch vielleicht gewesen ist, was er selbst nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Sind eben Süd und ich losgerannt und haben telefoniert, geschaut, geguckt, wer könnte uns in Spanien aushelfen. Und man muss aber sagen, voll im Glauben, es ist irgendwie eine Art Sommergrippe. Genau. Er macht die Aussage, wäre es jetzt eine Show ums Eck, könnte ich sie auch spielen, aber jetzt hier mit Hin- und Rückflug und da unten noch 40 Grad ist ihm zu viel, war total verständlich für uns. Und genau, dann war das irgendwie eigentlich nichts Großes, nichts Schlimmeres. Weil wir haben relativ schnell jemanden gefunden, haben uns dafür entschieden, haben wir eine gute Besserung gewünscht und haben uns auf die Show konzentriert. Und ihr seid schon mal vorgeflogen, ihr seid am Freitag nach Spanien geflogen. Ich bin dann am Samstagmorgen von Mallorca direkt nach Alicante gekommen, um die Show ihm zu spielen. Und dann hat es uns, wir haben kurz vorhin noch telefoniert, es war alles gut, ich saß zusammen. Ja, wir haben lecker gegessen in Alicante zusammen. Ja, wir haben lecker gegessen. Und dann kam der Anruf bei mir an und dann hieß es, West liegt im künstlichen Koma. Genau, aus dem Nichts und dann hat es uns erstmal, glaube ich, alle komplett zerlegt. Ja, genau. Wir haben es nicht hinbekommen, also Sommergrippe und künstliches Koma. Was ist dazwischen passiert, warum, natürlich viele Fragen. Ja. Ja, und dann hat, glaube ich, niemand von uns so richtig geschlafen. Wir haben überlegt, ob wir die Show überhaupt spielen. Genau, man muss natürlich dazu sagen, es war ja nicht nur künstliches Koma. Ja, warum? Es war natürlich die Frage, aber zum anderen war auch die Geschichte, dass es da dann schon hieß, er hat eine 50-prozentige Überlebenschance. Also, wenn er diese Nacht überlebt, dann können wir erstmal weiter hoffen. Ja. Deswegen war es eigentlich bis 16 Uhr für mich am Samstag gar nicht klar, überhaupt auf die Bühne gehen zu können. Und dann hat aber seine Lebensgefährtin und seine Mutter vor allem auch gesagt, wir sollen unbedingt spielen und es geht ihm besser. Er hat die Nacht überlebt, die Organe fangen wieder an, selbst zu arbeiten. Und ja, dann war es klar, wir haben die Maske mit auf die Bühne genommen. Genau, wir haben die Maske auf die Bühne genommen, haben die Show gespielt. War krass schwer, fand ich. Grauenhaft. Ja, war wirklich schwer, weil man natürlich im Kopf einfach nur, wenn die Gedanken bei ihm war, aber trotzdem sich gedacht hat, man muss das irgendwie durchziehen. Und genau, dann hat sich aber so die Spannung, habe ich so das Gefühl gehabt, nach der Show ein bisschen gelöst. Und wir waren irgendwie alle positiv oder wesentlich positiver, als es heuer waren und in der Nacht. Haben die Show gespielt, haben irgendwie noch, waren ständig im Kontakt und es hieß, ja, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Sind nach Hause geflogen am nächsten Tag, hieß es auch noch, es wird besser am Montag, hieß es, ja, es ist wahrscheinlich über den Berg, es wird alles, also, er wird es überleben. Also der Arzt hat gesagt am Montag, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, habe ihn noch besucht und dann hat der Arzt das erste Mal gesagt, der leitende Arzt, dass er jetzt zuversichtlich ist, dass er durchkommt. Genau. Und das Ganze hat sich drastisch geändert am Dienstag, als es dann plötzlich hieß, dass die, dass er einen Hirnschlag bekommen hat und er dann leider einfach in den nächsten Stunden sterben muss. So, dann hat es uns zernig, wir wollen jetzt nicht weiter ins Detail gehen, vielleicht ist es auch jetzt genug, was man sagen muss. Genau. Oder sagen soll. Jedenfalls bist du dann einfach wie im falschen Film, weißt nicht, was du tun sollst. Ähm, wir waren auf Distanz, ich habe mich im Nord getroffen, wir haben die ganze Nacht irgendwie geheult, geweint, gelacht und. Jetzt hoffen. Ja. Und genau, und dann versuchst du erstmal mit dieser ganzen Geschichte umzugehen, wir wussten auch, wir müssten da irgendwie raus, weil wir, wir wollten das Zepter so ein bisschen in der Hand haben. Äh, also das Informationszept, wir wollten nicht, dass es aus irgendwelchen anderen Quellen irgendwie raussprudelt, was ist schon Tat, also. Genau, also wir wollten es nicht unbedingt. Nicht unbedingt so schnell. Und dann haben wir aber gemerkt, dass irgendwie auf den ganzen Social-Media-Plattformen es schon zuckt und das hat sich nicht gut angefühlt, dass dann Vermutungen und vielleicht auch Posts, die auch nicht in seinem Sinne gewesen wären, irgendwie rauskommen und Ost hat dann einen schönen Text verfasst. Das war, glaube ich, der schwerste Text, den ich mein ganzes Leben, das glaube ich, aber mit Abstand und definitiv der schwerste Text, den ich mein ganzes Leben geschrieben habe. Ich habe vier Stunden geschrieben und vier Stunden geheult konnte ich, ach, das war furchtbar. Genau, und dann, äh, es gibt eigentlich kein Dann, es gibt einfach nur noch eine Zeit danach, in der man einfach versucht, damit klarzukommen, sich fragt, warum und wieso und der eine macht zu, der andere ist so. Wir waren uns tatsächlich nicht sicher, ob wir spielen, wir waren uns auch uneins, ob wir spielen sollen, es gab ja zuerst diese Lake, ähm, Rock the Lake Show, ähm, die relativ, also es war klar, dass wir natürlich die nicht spielen, aber ob wir die Woche drauf spielen, war so, war zu Frage gestanden oder in Frage gestanden und, ähm, wir haben uns dann trotzdem dagegen entschieden. Im Nachhinein ist, äh, das ist auch absolut richtig, äh, ich habe das in dem Moment ein bisschen anders gesehen, ich hätte lieber gespielt, weil ich dachte, ich kann damit am besten so umgehen. Ähm, ja, aber es war, die, die, die Anteilnahme und so, was, 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 in dieser ganzen Traurigkeit etwas Positives vielleicht, ähm, jetzt hier mal reinzubringen, war, ähm, die Anteilnahme, die dann einfach rübergeschwappt ist, und zwar von allen Seiten, von, von, von euch da draußen, von, äh, hier, die Kamera oder die, von euch da draußen, äh, von den Kollegen, von, von Veranstaltern, von Freunden, von, keine Ahnung, also selbst aus den Medien, so, das, das war un-, wirklich, unfucking fassbar, und das war so ein bisschen Trost, also für mich zumindest, ähm, dass man, dass er abgetreten ist wie ein Rockstar, und das, ich höre nicht, das finde ich sauschön, also, wenn man schon abtreten muss, das natürlich steht auf einem ganz anderen Blatt, aber wenn das schon passiert, dann wird das so. Ja, das, das war dann auch so mein Gedanke, kurz vor mir erzählen, also, klar, wenn du so eine Hiobsbotschaft erhältst, ähm, dann liegst du, also ich war wirklich drei Tage im Bett gelegen, hab die Wand angestarrt, weil in München war es nicht bei euch, äh, die ersten drei Tage, ich muss sagen, Kinder, wenn man Kinder hat, die helfen auch so ein bisschen, die sagen dann nach drei Tagen, so kann es nicht weitergehen. Sie wollen auch das Wort sterben, also, bei mir gab es leider so ein paar Todesfälle in diesem Jahr, einfach in diesem Haushalt jetzt erstmal nicht mehr hören, die sind in einer anderen Lebensphase, und was dann schon interessant ist, das war jetzt nicht nach drei Tagen, aber nach zwei Wochen, kippt dann die Stimmung, diese, oder diese Trauerarbeit ist das wahrscheinlich, kannte das aber so auch noch nicht, irgendwann in Wut. Ja. Also, ich wurde irgendwann wütend, Ja, das ist gar nicht voll bestätigt. Lieber West, eigentlich war unsere Geschichte noch nicht zu Ende erzählt, und, und genau, ich weiß noch, dann bin ich zu euch gefahren, und, ähm, ich komme ja aus München, und West und ich, wir haben uns eigentlich immer so hier im Nürnberger Raum getroffen, und sind dann zusammen weitergefahren, und dann war ich erst traurig, weil mir klar wurde, ähm, okay, diese Fahrt werde ich jetzt immer alleine machen müssen, da wird kein West mehr neben mir sitzen, und dann aber echt auch wütend, weil ich mir gedacht hab, äh, sorry, du hinterlässt jetzt hier so einen Scherbenhaufen, wir hatten große Pläne, und, du machst dir ein schönes Leben da oben, irgendwie so, ähm, natürlich alles, ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine, und dann kamen irgendwie, dann hingen wir ja auch ein bisschen zusammen, auch mit dem Jürgen, so im Shop, muss auch sagen, ähm, West hat sehr viel im Shop gemacht, und, Shop gejobbt, im Shop gejobbt, und, ähm, fand es dann auch besser, als zu Hause zu sitzen, haben ein bisschen versucht, mehr schlecht, als recht T-Shirts zu falten, mit dem Jürgen zu sammeln, oder auch allein, und, da hatte ich dann eben auch so Gedankengänge, wie, da, West, wenn du in 20 Jahren erst gestorben wärst, da hast du diese Aufmerksamkeit nicht bekommen, und so bist du wirklich, das, das war wirklich ein Rockstar-Abgang, und, ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass, er war eigentlich schon der größte Rockstar von uns, das, das, er wirkte so unscheinbar, aber eigentlich, er hatte es schon Faustdäckchen in der Regel, oder? Ja, sobald er die Maske aufgesetzt hat, auf jeden Fall, ähm, wir werden dann später noch mal zu der Geschichte kommen, wie wir uns so kennengelernt haben, aber, äh, Fakt ist, dass, ähm, diesen Plan, irgendwann mal wirklich, also, wir werden dieses Wort Rockstar heute öfter benutzen, deswegen, wir würden gerne anfangen, die Stichliste zu machen, äh, irgendwann, äh, Rockstars zu werden, und irgendwann auf den großen Bühnen zu stehen, und durch die Welt zu reisen, und Musik zu spielen, ähm, den hatten wir tatsächlich, ich hab mal geschrieben, 30 Jahre, das stimmt leider nicht, wenn man so richtig nachrechnet, äh, es sind nicht ganz 30 Jahre, ähm, aber den haben, den hatten wir ganz lange, äh, uns irgendwie so zusammengelegt, und seitdem irgendwie dran gearbeitet, und deswegen, wie gesagt, bei aller Trauer ist das, ist das so mein Halt, und mein, also der Punkt dann, in dem ich vielleicht so ein bisschen Frieden schließen kann, dass ich sagen kann, ey, er hat's, er ist dann wirklich mit einem, mit so einem Karacho rausgegangen und weggegangen, das war schon echt amtlich, äh, so eine Woche, zwei Wochen nach, hat niemand über was anderes gesprochen, es gab so unfassbare Momente, wir haben Baltic Open, wir hatten das Baltic Open hier gespielt, das hat Rock the Lakes auch gemacht, das war beim Tag, das war, war auch wunderschön, ja, also, äh, äh, vielen Dank dafür, bei Baltic hab ich das, hatte ich das Gefühl, dass wir noch ein bisschen was anderes, was eine Dunkelheit war, so wir hätten da, äh, irgendwie in der Cochitliner Position gehabt, haben sie diese vier Stühle auf die Bühne gestellt, mit Rosen, auf seinem, äh, ähm, na, Entschuldigung, Stuhl, danke, schwieriges Wort, und, und, ähm, haben einfach eine Stunde lang unsere Musik gespielt, was unglaublich war, und das haben uns die Leute dann zugeschickt, diese Videos und so, und ich hab's dann regelmäßig immer zähliert, ich hab das angeschaut, aber war dann irgendwie so begeistert, dass dann irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute war im Baltic Open, wir dastehen und unsere Songs singen, obwohl wir nicht da sind, das war irre. Genau, also, wer das nicht, Gänsehaut Moment, ja, oder was bitte? Gänsehaut Moment. Ja, genau, also wer das nicht mitbekommen hat, eben Rock the Lakes, Festival aus der Schweiz, und Baltic Open Air, die haben, ähm, nachdem wir da nicht spielen konnten, einfach diese Slots freigelassen, haben keinen Ersatz gesucht, haben gesagt, diese Slots bleiben frei, es wird Hämatom gespielt, und, ähm, einfach an West, äh, gedacht, und es, die Ersten waren eigentlich, die das per Mail dann, uns oder dem Booker geschickt haben, ähm, in einer wirklich, oder diese Informationen als Mail geschickt haben, äh, das weiß ich noch, Hersterei sind Mail. Genau, das wurde uns weitergeleitet, und wir haben uns irgendwie zusammengecallt, und haben alle, glaube ich, trennen in den Augen gehabt, das war auch wieder so rührende Momente, und da gab's wirklich so viele, also, Radiosender haben Durchsagen gemacht, und, ähm, ganz sehr klar, die ganze, ähm, Presse hat natürlich davon berichtet, und ich muss sagen, ich hab auch jedes Mal nach oben geschaut. Ja, absolut, wirklich. Weil alte Trauer haben wir gedacht, ja, Alter. West, wenn ich mal sterbe, dann wird's diese Aufmerksamkeit nicht mehr geben. Und wir kennen ihn alle sehr gut, und wir wissen, dass, äh, also ähnlich wie mir, ihm das sehr wichtig war, solche Sachen. Und. Er war ein Rockstar der alten Schule, also nicht dieser Bescheidene oder so, sondern wirklich der, Ja, so wie es ist gehört, auf dicke Hose mit fetten Ringen. Ja. Und jedes Mal, wenn er diese, auch wenn wir jetzt hier zusammensitzen und über ihn sprechen, dann beobachtet er das sehr genau, reibt sich die Hände. Jetzt machen sie extra einen Podcast oder Interview, was auch immer für mich. Ja, damit versuchen wir uns gar nicht so aufzubauen. Ich fand's auch, ich fand's auch wirklich, diese, diese, diese Kommentare von euch da draußen, die, die, wie sagt man denn, ähm, das Mitgefühl, was uns da entgegengeschwappt ist, das war auch wirklich überwältigend. Also, es war alles dabei, es waren, äh, ich sag mal, zu 90, na, 99 Prozent vielleicht, äh, war es unfassbar und, äh, emotional ergreifend. Gab natürlich, äh, tierische Sachen, die daneben waren, so Bassisten, die sich wirklich so einen Tag nach seinem Tod, einen Tag, einen Tag nach seinem Tod wirklich uns in der WhatsApp, in der E-Mail schreiben und sich bewerben. Das Leben muss weitergehen. Das Leben muss weitergehen und sich bewerben. Ich will mich in den Ring schmallen. Also, wenn ich dich, wenn du das jetzt hörst, derjenige, der das geschrieben hat, Alter, wenn ich dich irgendwie zufällig mal irgendwo treffe, wo wir so ein Konzert, Alter, nimm die Beine in die Hand, ey, und lauf. Beziehungsweise damit ist halt deine, äh, Anfrage disqualifiziert. Ja, ich bin Rockstar der alten, ich bin Schläger der alten Schule. Ich merke schon. Ja, äh. Aber überwiegend wahnsinnig schöne, ähm, Auch lustige Sachen tatsächlich, auch in dieser ganzen Trauer gab es lustige Sachen. Mein Highlight war, als jemand geschrieben hat, ich werde immer an ihn denken, äh, Rest in Peace, West und mein Foto mitgeschickt hat. Ganz genau. Das war ein Ami. Das war ein Ami? Das war ein Ami. Okay. Aber er hat Deutsch geschrieben. Das hast du weitergeschickt. Ja, genau. Na gut, dann hat er ein bisschen. Nee, nee, sorry, das war nochmal ein anderer. Ein Ami war der, der sich auch als Bassist beworben hat. Zwei Tage später. Auch gut. Nee, aber es war doch irgendwie ein amerikanisches Magazin sogar, die da wirklich, äh, als Bild ihn geschickt haben. Das war, Es gibt, es gibt Momente, die sind unfassbar. Vor allem, wenn die Anteilnahme in Worten wirklich so ergreifend ist, dass man sich fast denkt, hey, du hast ihn persönlich gekannt und dann schickst du ein falsches Foto mit. Das ist schwierig. Ähm, genau, aber wirklich auch, muss man sagen, ähm, machen wir uns nichts vor. Wir haben sehr viele befreundete Bands, trotzdem schaut man dauernd links, rechts, wie erfolgreich ist der andere, was macht der gerade und so. Und, aber, dann passiert sowas und alle sind wirklich da und, ja, das ist wirklich sehr ergreifend. Es gab glaube ich niemanden aus der Szene, aus unserer Blase, der nicht geschrieben hätte, wenn ihr irgendwas braucht, wenn wir irgendwie helfen können. Ja. Sagt Bescheid. Das war wirklich, das war unglaublich. Es tut mir auch leid, ich war auch so ähnlich wütend wie du auf die ganze Welt. Ich hab dann, bin einfach nicht ans Telefon eine Woche lang. Ich hab alle Menschen gehasst, ein bisschen länger als nur eine Woche hab ich sie gehasst. und, äh, genau, aber sie haben alle dann irgendwie auch geschrieben und so. Ich hab mir dann irgendwann nach drei, vier Wochen, hab ich sie alle zurückgerufen und mich entschuldigt dafür. Aber, äh, in der Zeit konnte ich einfach und wollte ich nicht reden. Ich wollte ja noch ganz kurz zwei, zwei, ähm, Kommentare vorlesen. Ähm, das war nämlich, es ist, ich glaube, das war, als wir geschrieben haben, dass es weitergeht, so nach vier, fünf Wochen, also dieser, dieser Post, nach vier, fünf Wochen, als wir geschrieben haben, dass es weitergeht. Und da gab's, es war das erste Mal tatsächlich, dass ich mir, dass ich mir das alles durchgelesen hab, weil die ersten Kommentare, das konnte ich einfach nicht. Und jedenfalls gab's einen sehr schönen, das muss ich, weil ich weiß, dass West da oben sitzt und sich mit mir so unfassbar, ich hör ihn, ich hör ihn lachen bei diesem Kommentar. Ähm, Franken freut sich sehr und wird zahlreich erscheinen zu diesen Gedenken, ganz klar. Die Wahl des Ortes, also es geht um die Show in Geiselwind, die wir spielen, das Westfest, ähm, die Wahl des Ortes liegt auch ganz klar im Interesse von euch und West. Und jetzt kommt's, auch wenn die Musik der als DJ aufgelegt hat, kaisgrauenhaft war, ist es einzigartig gewesen und wird es auch bleiben. Danke für alles. Da muss man sagen, von dieser Zweitkarriere wussten wir bis dato nichts, dass West ein sehr bekannter, großer DJ war. Dass diejenige, die das geschrieben hat, Namen verrate ich jetzt nicht, ihn mal wieder verwechselt hat mit mir und meine DJ-Künste hier ein bisschen, äh, in Frage gestellt hat. Oder er hat wirklich mal wieder, mal wieder irgendwas nicht erzählt und war tatsächlich DJ als West in der Nürnberger Rockfabrik zum Beispiel. Das kann sein, Alter. Ja, das kann sein. Er hat uns alles, alle was vorgemacht. Das kann sein. Das war großartig, das fand ich, da hab ich sehr gelacht und hab ihn, wie gesagt, ich hab sehr viele solche Momente, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass ihr ihn hört, ich hab das letztens schon zu dir gesagt, dass ich ihn voll im Ohr hab, also weniger sehe, als dass ich ihn im Ohr hab. Geht mir ja nicht zu. Und ich hab das oft, wenn ich sowas dann lese, dann hör ich dann dieses Lachen, wenn er so mal auf, wenn er so richtig herzlauf gelacht hat, hab ich das voll im Ohr. Und, ähm, und das war vorhin mit den Anfangsjahren, auch wieder apropos Rockstar, und jetzt gehen wir gleich so ein bisschen auf die Person best ein, ähm, er hat sich's auch nicht nehmen lassen, wenn's mal ein Lob über ihn gab, das dann nochmal, nochmal wiederholt irgendwie zu wissen. So, so, also du meinst, der hat wohl gesagt, dass ich ein geiler Typ bin. Oder er hat dann irgendwie die Strophe geil gespielt, und dann sagst du nur, geil. Und also so ein kurzes geil, und dann ist er aber so, Stopp, Bass auf Seite, warte mal, was? Früher noch eine anzünden, oh sorry, früher noch eine Zigarette anzünden, als er noch geraucht hat. Genau, was genau fandst du denn jetzt geil? Ja, ne, wie du halt die Achteln gespielt hast. Ja, aber wie? Also was genau? Also wie ich den Finger mit dem großen Ring schneller bewegt habe, als die mit dem kleineren Ring. Und das heißt, solche Sachen kommen ja dauernd in den Sinn. Und da war er schon, da konnte man auch irgendwie sich viel so selbst rausnehmen, dass man, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, bei sich selbst ankommt und sich auch selbst einfach manchmal ein bisschen geiler findet. Also das war so, da denke ich immer wieder dran. Ja. Wir waren Helm in unserer Zeit, ein Teil der Ewigkeit. Lichterloh, wir brannten lichterloh. Ich trag das alles noch in mir und geb es niemals wieder her. Wir brannten lichterloh, halt doch die Asche in der Hand. Ich würde gern die Buhren drehen, ein paar nur für kurze Zeit. Euch alle noch mal wiedersehen, gebt langsam und die Häuser ziehen. Wir wollen uns jetzt so ein bisschen noch irgendwie gegenseitig schöne, lustige Geschichten von West erzählen. Und was mir noch eingefallen ist, so apropos lustige oder markante Charakterzüge, wir waren ja so weit irgendwie zu sagen, dass er eigentlich so der perfekte Tatort-Kommissar wäre. Oh ja, da kann ich mich auch mal sagen. Wir haben den fränkischen Tatort-Kommissar erfunden, bevor er überhaupt auf der Leinwand zu sehen war. Genau, wir haben uns dann so vorgestellt, irgendwie langer Mantel, natürlich immer eine Kippe. Also im Prinzip wirklich, er musste sich nicht verstellen, es ist eins zu eins fest. Langer Mantel, er kam natürlich zu spät zum Tatort, kam auch immer zu spät zu den Proben, scheißt aber alle zusammen, warum auch immer. Würde das Auto dann auch nicht verlassen irgendwie, wenn zu viel Schlamm da ist oder so, dann würde er sagen, nee, mach ich nicht, nee, mach ich nicht. Schickt nur seinen Assistenten los, die den Fall lösen, bis 98 Prozent vor der Lösung irgendwie, alles übernehmen und dann kommt Kommissar West, steigt aus dem Auto aus, tritt seine Kippe aus und sagt, der ist es. Er ist der Mörder. Und dann kriegt er Lob dafür und dann tritt er aber seine Ringe und will genau wissen, warum er jetzt das sehr geil gelöst hat. Und es wäre immer noch wirklich ein großartiges Drehbuch, ein großartiger Darsteller. Es würde funktionieren, 100 Prozent. Wir hätten leider, leider keine Zeit dafür, uns da ein bisschen drum zu kümmern, aber eins zu eins, der perfekte Tatort-Kommissar. Ich habe mir auch ein paar Storys aufgeschrieben. Ich würde mal mit einer, wir können uns ja ein bisschen abwechseln, ich mache mal mit einer nächsten weiter. Was ich auch total im Kopf habe, ist die Schokolotweint-und-Joint-Phase. Er hatte so eine Phase, das hat er sehr, 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 sehr selten gemacht. Aber ab und zu hat er mit dem einen Joint geraucht, während ihr Schokolot... Ganz lange, ja. Und, ja, ganz, ganz lange. Das war die Vorproduktion zum Wutalbum, also irgendwann 2007, 2008. Also zweite Vorproduktion oder sowas. Ja, irgendwie, vielleicht sogar die allererste. Und dann war das für uns natürlich ein Riesenerlebnis. Wir haben irgendwie das Haus verlassen, sind wir fünf Tage in irgendein Häuschen gefahren, haben irgendwie Musik gemacht den ganzen Tag über. Und, ja, wir hatten irgendwie ein bisschen Gras dabei, haben einen Joint geraucht und dann hat er sich so reingeschwungen, so, was machst du da? Darf ich auch mal ziehen? Dann hat er gezogen und dann saßt ihr teilweise nächtelang da und habt Schokolade gegessen und Rotwein getrunken. Genau, ich habe dann draufgebracht, dass die Kombi total geil ist und dann hat er es probiert und hat es auch total geil gefunden. Total geil gefunden. Und wir kannten das. Mal Zeit ein Bier aufzumachen. Das war auch so eine Phase, Brust, das war auch so eine Phase, also, so ein Moment, wo man sich gedacht hat, dann hat er wieder total überrascht. Weil das hat er bis dato ja nie gemacht. Da saß dann wie so ein Hal. Passt nicht zu ihm und dann auf einmal das... Warum raucht er jetzt einen Joint und trinkt Rotwein und isst eine Schokolade gut. Aber, ja. Es gab immer irgendwelche Storys, von denen man nichts erzählt hat und dann kam es auf einmal raus. Oder ist dann passiert und dann war es so... Ja. Es kam nur noch ein verschmitztes Leckeln. Er hatte viele Facetten. Auf jeden Fall. Denkt man so bei der ersten Begegnung überhaupt nicht, aber kann ich voll bestätigen. Das ist so deine Lieblingsstory? Ich meine es Nord-Ausnahmsweise. Okay, schade. Lieblingsstory habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe mir auch überlegt, aber es sind so viele Kleinigkeiten, so viele... Fast 30 Jahre lang mit diesem Mann. Gerade ist mir eben eingefallen, Koma Anfangszeit, als er immer mit seinem alten Ford Escort angereist ist, Bassunterricht gegeben hat und dann auch noch in einer Tintenfabrik gearbeitet hat. Stimmt. Stimmt. Und was hat er da gemacht? Einfach ganz normaler... Tinten abgefüllt, oder? Ganz normaler Arbeiter, unterste Kategorie und hat Farbe abgefüllt, gemischt, abgefüllt oder hat immer so blaue Fingerkampen. Und Tinte... Ja, auch bestimmt mal, aber... Habe ich noch nie gehört. Das war so die Summe aus allem und dann hat sich auf einmal herausgestellt, naja, eine eigene Wohnung. Abbezahlt. Während wir noch nie, weil uns die Miete leisten konnten für die WG, für die 200 Mark Miete, für die WG. Und auf einmal... Das war voll der Geschäftsfondest. Und auf einmal stand er da, wir hatten hier ums Eck den Proberaum. Das war eine alte Wohnung, wo wir auch ordentliche Partys drin gefeiert haben und irgendwann fahrt er auf einmal vor mit dem fettesten neuen Audi A4. Und wir schauen aus dem Fenster raus, wer ist denn das? Und Peter steigt aus. Hat aber nichts gesagt davon. Er hat nichts gesagt davon. Ich schaue jetzt gerade, ob ich mir ein Auto mal wieder kaufe und gescheit ist. Er hat immer mit seinem scheiß Ford Escort um die Ecke gekommen, wo nichts mehr funktioniert hat. Aber das stimmt nicht. Er hatte einen Bon Jovi Golf, diesen roten Bon Jovi Golf hat er. Das war der Stein. Nee, nee, nee. Einen roten hatte er. Gut, dann hat er vielleicht dazwischen nochmal einen Golf gehabt, weil der Escort dann wirklich komplett in die Knie gegangen ist, nachdem im Winter nicht mal die Heizung mehr funktioniert hat. Und auf einmal stand er mit einem fetten Audi A4 da. Das ist der Best, den ich dann kennengelernt habe. Ich kenne nur den A4 West. Ja. Und weil du das irgendwie jetzt mit diesem Job sagst und so, und er hat ja auch irgendwie eine Automechanikerlehre gemacht, worauf er stolz sein kann und auch stolz war, war schon dieser Weg, dass er glaube ich im Prinzip aus einem Umfeld kam, wo es einfach überhaupt keine Musiker gab. und also so von familiärer Seite und wahrscheinlich auch von der freundschaftlichen Seite und so. Erstmal. Ja, erstmal. Und dann sich aber in den Kopf gesetzt hat, das haben wir total oft erzählt, er will jetzt Musiker werden, aber wusste gar nicht so richtig, wo, wie, was, ist dann zur Berufsberatung gegangen und hatte gefragt, wo fängt er an und hat dann wirklich auch Bass studiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob seine Eltern da irgendwie begeistert waren. Ich denke, wie bei uns allen erst mal nicht. aber ich weiß nicht, bei mir war das, glaube ich, dann doch alles irgendwie ein bisschen leichter und dann doch Verständnis da und bei ihm habe ich so den Eindruck, dass das war irgendwie ein ganz großer Schritt, weil sonst hätte er es mir nicht so oft erzählt. Eigentlich habe ich eine Lehre gemacht, aber ich... Aus der Arbeiterfamilie auszubrechen und... Und mache jetzt echt was total Verrücktes und vielleicht hätte er daran auch irgendwie beweisen müssen, dass er aber geldmäßig schon was an den Start bekommt, weil er war ja total fleißig. Ja, aber das musste ihm seine Eltern, ihm musste er das nicht beweisen und seine Eltern hatten auch nichts dagegen, weil er hat ja tatsächlich immer gearbeitet nebenbei. Ob das jetzt diese Tintenfabrik-Firma war, ob das vorher Kfz war, dazwischen war es noch eine andere Firma in Lauf, diese große, keine Ahnung, was die hergestellt haben, wo er auch noch gearbeitet hat. Okay, das hatte ich gar nicht alles gemacht. Da gibt es den nächsten Kfz. Ja, sorry, was werde ich... Ja, nee, das wollte ich nur mal einwerfen. Nächste große Geschichte, Stegwort Kfz. Wir spielen beim 30 Jahre JBO-Fest und irgendwie hat sich auch hier wieder bei Hannes von JBO festgebrannt, dass West ja irgendwo mal Kfz-Mechaniker war und dann ist irgendein Auto kaputt gegangen von irgendeiner Band, die da mit uns gespielt hat und Hannes läuft aufgebracht und aufgefühlt durch diese Backstitch-Räume und sucht nach West. West, wo ist denn West? Oder er sagt ja Peter, weil er kann mit West nichts anfangen oder überhaupt mit den Hinschrungen. Wo ist Peter? Wo ist Peter? Ich sage, weiß ich nicht, warum, was ist denn los? Ich brauche Peter, ich brauche jetzt unbedingt Peter. Okay. Wir waren aber Co-Headliner. Wir waren Co-Headliner so und naja. Und dann hat er in irgendeinem, nein, dann hat er uns erklärt, um was es überhaupt geht. Das Auto ist kaputt gegangen und Peter ist doch Kfz-Mechaniker. Er muss doch das Auto hinkriegen. Peter hat halt irgendwann vor 83 Jahren einen Lehrer gemacht zum Kfz-Mechaniker. Das war's. Aber Peter hat sich das nicht andenken lassen, dass er keine Ahnung hat. Ist rausgegangen. Wir haben uns innen dritten, wer pisst vor Lachen. Und er ist dann raus und hat dann irgendwie eine halbe Stunde lang in diesen Motor reingeschaut und schlaue Sprüche gesagt. Am Schluss wurde der ADAC gerufen. Springt nicht an. Am Schluss wurde der ADAC gerufen. Peter wurde auf die Schulter geklopft. Alter, hast du gut gemacht. Fehler erkannt. Super. Jetzt kannst du auf die Bühne gehen. Das kann man gleich direkt anschließen. Peter und Autos. Die letzten Jahre war eigentlich nicht immer so, aber die letzten 10 Jahre auf jeden Fall wahrscheinlich war er echt unser treuer und wahnsinnig sicherer Busfahrer. Ja. Hat Nord oft zu Weißgut getrieben, wenn er zu langsam gefahren ist, wenn er nicht überholt hat, wenn er falsch eingepackt hat. Genau, er hatte einen sehr sicheren Fahrstil, einen Fahrstil, wenn er nicht musste. Ich kann mich auch an eine andere Fahrt erinnern von Husum oder was das war runter, aber ansonsten wirklich ein sehr energie- oder kraftstoffsparender Fahrer. Aber wirklich sicher und toll. Ja. Und dann muss man sagen, vor allem die Rückfahrten, da war es dann immer, oft sitzen wir halt hin, also du schläfst oft, wir sitzen oft hinten, irgendwie so auf der Hinfahrt zum Konzert und machen an unseren Laptops irgendwas. Keiner weiß das. Und bei der Rückfahrt sind alle durch und wollen Film gucken. Und der muss natürlich über die Anlage des Autos, des Busses geguckt werden. Das heißt, Laptop wird damit verbunden. Peter, der Fahrer, sieht natürlich gar nichts, muss aber ultra lau den Ton erdulden. Und ich weiß noch, das Leben des Brian, ein Film, den er auch sehr gern mochte, den konnte er irgendwann auswendig mitsprechen. Ohne Bild, jedes Wort. Er hat viele Filme mit uns gehört. Wirklich. Viele Filme mit uns gehört. Er kam dann sogar irgendwann zu Osti, sag mal, haben wir den Film schon gehört? Nein, es kam eine neue Staffel Jerks. Die letzte habe ich schon gehört, die neue habe ich noch nicht gehört. Und nicht selten sind wir auch hinten schon eingeschlafen, dann muss der jedes vorne noch erdulden. Und Filme sind ja oft von der Lautstärke sehr dynamisch, das heißt Unterhaltungen sehr leise. Und dann kommt irgendwie so die Maschinengewehr-Infernung und dann wachen dann wieder alle auf und er fährt beinahe natürlich, keine Ahnung, kommt von der Fahrbahn ab, weil das dann so laut ist. Und ja, auch das werden wir wirklich schmerzlich vermissen. Ohne Scheiß, das ist eines der Sachen, die ich am meisten wahrscheinlich vermissen werde. Komischerweise, ich weiß gar nicht warum, aber diese Fahrten, die werde ich am meisten vermissen. Dieses Gestreiter, dieses, was machst du, mach halt deine scheiß Augen auf, halt mal schneller, Alter. So, egal wie groß die Lücke war, es mussten immer vier Mann aussteigen und ihn einweisen, egal wie groß die Lücke war. Man könnte aber dann auch wieder über alle komplett drüber schreien und ausflippen. wo dann irgendwie alle wieder ganz leise wurden. Und dann hat er zusammen geschissen, daraufhin hat der aber irgendwie ein gutes Konter, nein, kann ich nicht, weil ich einfach dumm bin, Alter. Und dann haben wir, war das Eis wieder, was heißt, gebrochen, dann haben wir wieder alle gelacht und es war irgendwie, war irgendwie schön. Das würde ich vielleicht sogar am intensivsten vermissen. Genau, und dadurch, dass er auch nichts getrunken hat die letzten Jahre, war er halt auch wirklich der Fels in der Brandung, die Sicherheit, das war so, alles gleich. Und Alter, vielen Dank, dass du uns jedes Mal besoffen, vor allem mich und ihn hier, Nord aus irgendwelchen Backstages, dass du gewartet hast, dass du gewartet hast auf uns, bis wir ausgesoffen waren, bis wir ausgeraucht haben, bis wir irgendwie den letzten dummen Spruch gesagt haben. Die 70. Verhandlung hat er dann ertragen, ob man nicht später fährt. Genau, wie viel Zeit ich allein aus dir rausgeschunden habe, wo du schon fahren wolltest und ich gesagt habe, Alter, nur noch eine Kippe. Nur noch eine Kippe. Danke dafür, dass du so aufgewartet hast und dann trotzdem, egal wie spät es war, uns ins Hotel gebracht hast, hier habt ihr den Schlüssel, macht was ihr wollt, dann leckt mich am Arsch. Dann ist er ins Hotel, hat sich abgelegt und wir haben weitergemacht. Das wird hart. Ja. Ja. Also trotzdem noch ein, zwei gute Geschichten. Es gibt zwei Lieblingsgeschichten von Westy, die ich habe. Die eine ist legendär mittlerweile. Ist damals im Studio passiert. Wir sind, ich glaube 2018, kurz bevor wir, also einfach um die Bestie der Freiheit zu schreiben, ins Studio nach Münster gefahren und haben da Songwriting gemacht, intensiv Songwriting gemacht mit Winst. Du warst irgendwie unterwegs, du warst nicht im Zug. Ich kam nach, du warst nicht da. Wir haben Songs geschrieben, Nord, West und ich. Wir waren alle drei im Studio und den ganzen Tag haben wir im Studio verbracht, haben an einem Song gearbeitet. West war Teil dieses Studiotages, saß auch auf dieser Karte. Er saß wohl den ganzen Tag auf dem Sofa. Auf dem Sofa. Wurde mir berichtet. und hat dann zugeschaut, wie wir den Song schreiben. Meistens muss man sagen, ist das dann irgendwie so eine Doppelarbeit von Vince und mir gewesen zumindest damals und irgendwann hieß das, ey, der Süd muss da abgeholt werden vom Bahnhof. Ja, war irgendwie klar, Westi fährt. Also setz dich West ins Auto, hol dich vom Bahnhof ab, du steigst ein, sagst, hi, servus und alles klar. Yo, und was macht ihr, an welchem Song arbeitet ihr gerade? Schau dich so an, schau drüber, schau dich so an, schnauf durch. Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. Das wurde er auch nicht. Er hatte keine Ahnung. Der Spruch des Jahres, des Jahrzehnts in diesem Studio. Genau, und hat sich selber die Antwort gegeben. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, er saß da acht Stunden neben uns am Sofa und er war einfach, die Augen haben funktioniert, aber ansonsten war alles auf Durchzug, Alter. Er hat einfach mit offenen Augen geschlagen. Er hat mit offenen Augen geschlafen. Hat sich wahrscheinlich beim Losfahren schon gedacht, ich werde diese Frage stellen, aber nicht getraut, euch zu fragen. Und natürlich, die längere Geschichte können wir dann gerne damit aufhören, aber das ist mir immer im, wenn ich so die zwei, drei Top-Geschichten rauspicken muss. Als wir damals zum Festival fuhren, Westend mit Steuern neben ihm auf dem Beifahrersitz und der Tourmanager Steffel. West hatte eine lange Fahrt hinter sich, war anscheinend erschöpft, hatte keinen Bock mehr auf Kontakt mit Menschen. Er fährt zu der Artist Access Area, will mit dem Bus einschicken, will reinfahren, Security hält ihn an. Er kuppelt das Fenster runter, der Security sagt, wer seid ihr? Er schaut diesen Security an, schaut nach rechts zum Tourmanager, redest du bitte mit ihm? Ich glaube, der Blickwinkel, der ging glaube ich sogar viermal hin und her. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn jetzt, kann er nicht mehr sprechen? Aber er konnte natürlich nicht sprechen, es war ja auch fest. Es war immer das Schnaubefeuer. Redest du bitte mit ihm? Sagst du sie ihm? Und dann muss der Steffel sagen, wir sind Hämatom. Wir sind Hämatom. Aber über den West drüber. Dann könnt ihr doch durchfahren. Großartig. Und dann, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gab immer in den Anfangsjahren die Proben um 9.30 Uhr. Montag und Dienstagmorgen 9.30 Uhr. Clever. Das war wirklich die dümmste Idee. Wenn ihr da draußen erfolgreich werden wollt, dann setzt die Proben genauso an. Vor allem im Winter, da gab es dann so Radiatoren, die ein, zwei Stunden brauchen, bis sie überhaupt warm werden. Dieser Proberaum war dann um 9.30 Uhr im Winter, am Montag auch noch ultra kalt. Ja, außer Westy ist vorbeigefahren und hat das Ding am Tag vorher eingeschaltet. Haben wir aber nicht oft geschafft. Hat er wirklich nicht oft geschafft. Und er hatte auch den nächsten Weg, im Prinzip ums Eck, war sein Proberaum. Er kam immer zu spät. Wir hatten alle eher eine Anfahrt von einer knappen Stunde. Aber es war okay. Das wussten wir schon. Und einmal kam er gar nicht. Oder sagen wir mal, erst mal nicht. Irgendwie zwei Stunden, drei Stunden. Wir waren eigentlich schon fast wieder so am Beenden des Ganzen. Und dann kam er rein, ohne Entschuldigung, kam einfach rein. Wir waren eigentlich stinksauer, schauen ihn an, schauen uns an, kam nichts und irgendwann sagt er, ja was denn? Was denn? Meine Frau wollte noch Sex. Und das war dann so überzeugend, dass wir alle, okay, alles klar. Das steht über allem. Stimmt, du hast recht. Du darfst ja sagen, wie es war. Er hat gesagt, ich musste noch lecken. So was eigentlich. Das wollte ich jetzt vermeiden, aber gut. So was. Und dann plötzlich haben alle gesagt, na gut, vollstes Verständnis, Alter, dann? Vollstes Verständnis und ich bin dann so so pflichtbewusst, nein, die Probe geht natürlich vor. Nein, heute lecke ich dich nicht, Schatz. Ich muss proben. Ja genau, das wäre dann süd. Aber bei ihm ist das so, nee, alles klar. Nee, dann muss die Probe warten. Und von unserer Seite ein volles Verständnis. Wenn man so selbstbewusst in den Konflikt geht. Es war eben so. Alles klar. Es war auch so, egal wann wir und wo wir die Bühne verlassen haben, ich war immer der Erste, der mir geschaut hat, dass es sofort in die Bar kommt, sofort alles liegen und stehen lässt, Gitarre hinten ins Eck schmeißt, Alter. Und wenn ein Auto drüber fährt oder sie geklaut wird, ist doch mir scheißegal, denn ich will ja den allerersten Schnaps noch entweder an der Bar oder in der Backstage kriegen. Und Westers hat immer als allererste seine Bässe zusammengepackt. Das war das Allerwichtigste. Hat sie verstaut, hat sie in sein Auto gebracht oder in den Nightliner gebracht oder in den Bus oder was auch immer. Das war sein allererster Move direkt nach der Show. Man kann auch an dieser Stelle sagen, er hatte das teuerste Equipment von uns allen. Ich weiß nicht, was da ein Bass kostet. Drei, viertausend Euro. Und er hatte davon nur für ein Atom, glaube ich, drei. Absolutes. Das waren seine Babys. Das war seine Welt. Sasa, haben wir jetzt auch irgendwie von seiner Freundin noch erfahren, wirklich wohl stundenlang auch zu Hause beim Fernsehschauen und so auf dem Sofa und hat sie gestreichelt. Nicht die Freundin, sondern die Bässe und seine Freunde. Ja. Gut, Leute. Das war der Part mit den Geschichten. Schön, sich das mal wieder, immer wieder vor die, auf den Schirm zu holen. Wir hören uns gleich. Die Sonne scheint aus unter den Herzen. Wir brennen im Feuer, im Feuer der Ewigkeit. Vergessen sind all unsere Schmerzen. Wir brennen im Feuer, im Feuer der Ewigkeit. Wir brennen im Feuer, im Feuer der Ewigkeit. Ja, liebe Freaks, das war jetzt ein ganz, ganz minimaler Auszug von Geschichten mit und über Westy und ich glaube, vielen von euch da draußen geht's ähnlich. Einige von euch haben vielleicht auch eine persönliche Geschichte und ja, vielleicht möchtet ihr die auch teilen, was ihr natürlich tun könnt auf unserem Westfest in Geiselwind am 21. Oktober. Ja, was so unser Startschuss ist. Ja, beziehungsweise, genau. In eine noch ungewisse Zukunft. Sehr, sehr ungewisse Zukunft. aber Ja, Startschuss und für mich irgendwie so eine musikalische Verabschiedung auch. Also man kann sagen, vor einer Woche gab's eben eine große Verabschiedung, die fand ich wahnsinnig schön, nochmal sehr ergreifend, waren 150 Leute da und wirklich sehr enger Kreis, aber also von ultra weit her teilweise und es wurde einen Tag lang über dich was gesprochen und es war wahnsinnig schön, also da war ich ein bisschen leidisch, weiß nicht, ob es bei mir so schön wird. Ja. Und tatsächlich haben sich sehr viele Leute sehr viel Mühe gegeben und sind sehr lange Wege gefahren, um sich zu verabschieden, das war schon sehr sehr berührend und unglaublich traurig, aber dann am Ende dann noch also all der Traurigkeit auch irgendwie schön. Genau und im ganz kleinen Rahmen war dann die Urnenbeisetzung gestern und Geiselwind ist für mich oder für uns so ein musikalischer Abschied im ganz großen Rahmen, wo irgendwie alle nochmal vorbeikommen können, mit uns feiern können, an ihn denken, gemeinsam an ihn denken und ja und ich kann selbst nicht sagen, wie sich es anfühlen wird. Das wird auch eine Momentaufnahme, es wird ein Experiment. ich freue mich aber drauf und also ich für meinen Teil brauche das auch so ein bisschen. Das war glaube ich schon klar, also wie gesagt, nach all der Bewührung am Anfang so, war das dann irgendwann klar, dass die erste Show, genauso wie dieses erste Gespräch vor irgendeiner Kamera und irgendein Mikrofon über ihn gehen muss, dass auch die erste Show nach seinem Tod für ihn sein muss. also ich glaube, da waren wir uns relativ schnell einig. Genau. Und wir werden sehr viele Freunde einladen von ihm, musikalische Weggefährten, Bekannte und Unbekannte, es werden auch Leute dabei sein, die mit uns damals eben angefangen haben, Musik zu machen bei Koma, bei Madmix, werden aber auch Leute dabei sein, die die uns in den letzten Jahren, die wir in den letzten Jahren erst kennengelernt haben, die West mochte. Die West mochte, das war eh seine, ich finde, das war eh seine Superkraft, so wenn wir uns da, vor allem komischerweise, also ich denke da immer entweder an Trailer Park oder auch an 257ers. Der Mike, der hat sich ja total in Peter verliebt. Und da war ich immer so Luft, wenn du Mike wieder das hörst, mal schauen, ob es so bleibt. Ich bin einfach so Luft. Mike hat mir geschrieben, dass er das immer noch jeden Tag, dass er da jeden Tag noch dran denkt und dass er immer noch Tränen in den Augen hat, wenn er darüber nachdenkt. Das ist krass, die haben sich irgendwie... Ja, aber das war, finde ich, bei vielen Leuten so. Wir haben uns immer so Mühe gegeben, irgendwie so cool zu wirken und so... Storys ausgepackt und dauerndes Gespräch gesucht. Und Westy war einfach da und war halt er selbst und dann sind sie halt an ihm kleben geblieben. Ja, voll. Ja, das war wirklich seine Superkraft. Genau, und dann wird es weitergehen und vielleicht kann man noch ganz gut darüber sprechen, dass uns es total wichtig sein wird in Zukunft, also dass diese Geschichte Nord, Süd, West, Ost einfach nicht vorbei ist. Nur in Auffang stecken, weil er gestorben ist. Sondern das wird weitergehen. Er wird weiterhin, er wird einfach weiterhin Teil dieser Band bleiben. Wir wissen noch nicht genau, wie. Das werden wir uns überlegen in der nächsten Zeit. Wir werden die Shows auf jeden Fall spielen, die dieses Jahr noch anstehen. Wir werden das wahrscheinlich mit irgendeinem Ersatzpasser machen, mit jemandem, der uns, der zu uns passt. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht genau, aber... Und dann werden wir uns überlegen, wie wir West weiterhin in dieser Band integrieren. Weil das ist auch irgendwie klar geworden, das geht ja nicht. Also wir können ja Nord, Süd, Ost... Genau, das geht nicht und ja... Und es geht... Und man kann ihn eins zu eins nicht ersetzen, das geht auch nicht. Das wollte ich auch sagen. Also ich habe in Interviews ja immer gesagt, hey, das ist so eine Generationenband, Hämatom und wenn einer mal stirbt oder keinen Bock mehr hat, dann steckt man... War ja auch schon ein Running Gag eigentlich so. Ja genau, dann steckt man jemand anders unter die Maske und schon in Spanien wurde klar, das geht ja gar nicht. Du kannst nicht. Diese Westmaske, das war auch der Peter. Also... Und er hat es so gelebt vor allem, diese Person. Es funktioniert nicht. Zwei verschiedene Menschen. Sobald er irgendwie die Maske aufgesetzt hat, war er ein Freak sondersgleichen. War auch so, aber da fand ich es nochmal extremer. Anderer Mensch. Anderer Mensch. Ja, eigentlich anderer Mensch. Ja. Und genau, deswegen diese Maske, die wird kein anderer Mensch aufsetzen und er soll weiterhin, wir wissen auch noch nicht so richtig wie, aber irgendwie Teil dieser Band bleiben und dieser Show bleiben. Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn wir Posts oder was auch immer wir tun, immer noch mit Nord, Süd, West weiterhin unterschreiben werden, dass wir so bleiben. Hat sich einfach zu früh aus dem Staub gemacht. Wir machen trotzdem weiter, weil er, weil wir es ihm schon, weil wir es auch für uns machen wollen, auch für euch da draußen machen wollen. Ja, wird ein neuer Abschnitt, der wird am Anfang wehtun, verdammt wehtun. Wird mit Sicherheit anders, sich anfühlen. Genau, wird mit Sicherheit voll anders. Ich glaube, da wird sich so viel ändern, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Aber es ist... Wir wissen es auch noch nicht, das kann man auch an dieser Stelle sagen. Also wir haben noch, wir freuen uns jetzt auf diese große musikalische Westparty, aber und da unterstützen uns dann eben einfach Freunde, aber das ist eben nur für diesen Abend und wie wir danach das so wirklich weitermachen, das wissen wir eigentlich noch nicht. Wie du es schon gesagt hast, wir werden dann irgendwie erstmal uns Ersatz suchen für folgende Shows, aber so der neue Bandaufschlag, da werden wir noch oft unsere Köpfe zusammenstecken werden und uns dann wohl erhalten. Finde ich aber auch gut, dass wir das jetzt einfach so laufen lassen. Genau, bevor wir jetzt irgendwie einen letzten Schnaps auf West trinken, wir werden noch ganz kurz abschließend zwei, drei Worte von mir, könnt ihr ja dann auch gerne tun. Also erstens fand ich es tatsächlich sehr schön, ich hatte Angst davor. Gestern Abend habe ich gedacht, oh fuck ey, ist das eine gute Idee, aber ich fand es total schön, das hier zu machen und zu quatschen. Und ich wollte nur sagen, was ich an West so unfassbar geschätzt habe und ich habe weiß Gott gute und schlechte Zeiten mit ihm gehabt. Ich habe ihn geliebt und es gab auch Zeiten, wo wir uns beide wirklich so richtig auf den Sack gegangen sind. und es gab aber auch die letzten vier, fünf Jahre, wo alles wieder schön war oder vieles schön war, weil er so auch seine Rolle gefunden hat bei uns in der Band und sehr fleißig war und dadurch so ein bisschen der Druck raus genommen wurde und wie eine unfassbar schöne, abschließende, also eine Tour zusammen verbracht hatten, bei der wir uns in Frankfurt echt in den Armen lagen und gegenseitig bedankt haben und abgefeiert haben, wie schön das war und dass es krass ist, dass wir das so geschafft haben nach 25 Jahren. Und dass man ihn anrufen konnte, früh um vier, West konntest du früh um vier anrufen und sagen, pass auf Alter, in Freiburg gibt es morgen einen Gaukler-Jahrmarkt, wir müssten da runterfahren, müssten da irgendwie, oder nee, am besten noch, du müsstest da runterfahren mit einem Kartoffelsack, müsstest da irgendwie drei Minuten kaputt durch den Markt laufen, damit wir das irgendwie filmen können, weil es könnte sein, dass wir da sechs neue Fans gewinnen und West hat dann, er hätte vielleicht ein oder zweimal geschnauft, aber er hat ins Auto gestiegen und wir gefahren. Es gab keine Kompromisse, es gab, wenn es um die Band ging und so, da gab es, dann hat er das gemacht, hat sich ins Auto gesetzt, hat Dinge gemacht, das habe ich sehr, sehr geschätzt an ihm. Und da muss man auch so die Anfangsjahre erwähnen, also Hämatom lief ja alles andere als rund, also wir haben ja wirklich jeden leider auch dummen Scheiß gemacht, wo meine Mutter schon gesagt hätte, also das können wir euch sparen, der wurde bei Hämatom gemacht und da war auch maßgeblich wirklich West beteiligt, das dann durchzuführen, soll ich das jetzt lachen, aber der dann echt, wie du sagst, irgendwie früh um vier mit dem Auto losgefahren ist, irgendwelche Flyer, an irgendwelche Flyer-Verteiler zur Festival XY gefahren hat und da immer am Start war und maximalen Support und ich will Rockstar werden. Genau, das stand immer irgendwie so über allem. War schon großartig. Ja, war großartig und vielleicht ist es mir in den letzten Tagen so gedacht, vielleicht war das der Mensch, ohne euch nahe, nicht, nee, ohne euch irgendwie zu nahe zu kommen, aber der vielleicht zu meinem Ehrgeiz am meisten verstanden und geteilt hat, der euch vielleicht manchmal auf den Sack geht, aber bei ihm gab es diese Überlegung, glaube ich, gar nicht so. Er wusste ganz genau aus der Anfangszeit, als wir uns das alles so im Kopf erzählt haben, wo wir hinwollen, das ist eigentlich keine, es gibt keine Alternative dazu, man muss halt einfach Gas geben. Und das werde ich, glaube ich, jedem anderen, der jetzt kommt, vielleicht findet man den auch, wer weiß, scheiß drauf, egal, darüber würde ich jetzt noch gar nicht nachdenken. Ich werde ihn vermissen. Aber jetzt dürft ihr gerne noch mal. Ja, ihr habt viel gehört über die Person Peter auch und das finde ich auch total wichtig, also neben Wes gab es natürlich wirklich den Peter, der, finde ich, auch in unserer Konstellation irgendwie durch seinen Charakter irgendwie so perfekt gepasst hat, also auch natürlich so ein Ruhepol war und ich glaube, ich bin manchmal schon der ruhigere und dann gab es aber Peter, er war noch mal ruhiger, trotz dieser koalierischen Geschichten, die wir erzählt haben, aber er war, finde ich, wirklich so ein Fels in der Brandung, der auch vielleicht oft weniger gesagt hat, aber wenn er dann so ein finales Wort gesagt hat oder Schlusswort gesagt hat oder irgendwie einen Konflikt dann irgendwie beenden wollte, dann konnte er das schon auch, finde ich. und das dann beenden mit einem kurzen Ja oder Nein seinerseits und das werde ich vermissen und kann auch sagen, also Peter, du fehlst, das war schon großartig und ich hatte es auch irgendwie schon vielen gesagt, so Kalendersprüche sind irgendwie total bescheuert, aber irgendwie haben sie mir jetzt auch in letzter Zeit geholfen und oft hörst du ja, man muss dankbar sein über diese gemeinsame Zeit und irgendwie bin ich das auch. Ich bin's auch. Ja. Ich kann da ehrlicherweise jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin doch ein Mensch, der jetzt die ganze Verabschiedung und die Beisetzung gebraucht hat und für mich ist das alles noch zu frisch und immer noch zu surreal, das ganze Ding und ja. Er wird fehlen. Er wird fehlen. So, und egal wer er ist, er wird sich nicht aus dem Staub machen, er wird dann nicht mehr nach Freiburg fahren müssen, sondern nach Valhalla und der Flyer austeilen. Also, dann lasst uns mal einen letzten, nein, nicht den, ach Quatsch, nicht den ersten, nicht den letzten wollte ich sagen, Entschuldigung. Schnaps auf Westi trinken. Er hat übrigens immer mit uns, falls ihr mir diese Videos gesehen habt und habt gesehen, dass er auch ein Schnapsglas in der Hand hatte, da war immer Wasser drin. Alle anderen hatten Alkohol und Entschuldigung, es war Cola, es war ein Jägermeister-Imitat, es war immer Cola. Ja, in diesem Sinne, liebe Freaks, wir verabschieden uns jetzt aus dieser Runde, hoffen, wir sehen uns in Geiselwind beim Westfest. Bis dahin. Auf West, auf einen großartigen massagul. Freaks. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.